Wie mähen Sie Ihren Rasen? So unterschiedlich wie das Grün in deutschen Vorgärten, so unterschiedlich sind heute die Möglichkeiten, es zu pflegen. Bekannt, bewährt und bei den meisten auch in Gebrauch ist der klassische Handrasenmäher. Wer es größer mag, für den gibt es den Rasenmäher Traktor. So ein Gerät ist allerdings erst ab einer Rasenfläche von 1000 Quadratmetern sinnvoll. Beim Kauf eines neuen Rasenmähers sollte man sich vorab also ein paar Gedanken machen. Man sollte sich grundsätzlich überlegen, ob ich mit dem seitherigen Mähsystem, das ich Seite verwende, zurechtkomme oder ob ich da vielleicht was umstellen will. Wir haben heute viele verschiedene Möglichkeiten, den Rasen zu mähen und zu pflegen. Dafür sollte man wissen, wie groß das Grundstück ist, welche Beschaffenheit, habe ich eine Hanglage, ebenes Grundstück, habe ich schmale Durchfahrten und man sollte wissen, wie hoch der Anspruch ist an der Gärte, wie stark ich den pflegen will, welche Naturwiese, ist es mir egal, wenn Unkräuter da sind oder will ich einen sehr hoch gepflegten Rasen haben. Im Trend liegen sogenannte Rasenroboter. Bereits seit 15 Jahren auf dem Markt erobert er seit rund vier Jahren die Gärten. Mittels eines Begrenzungsdrahts, der an den Rasenkanten unterirdisch verlegt wird, erkennt der Roboter, wie weit er fahren kann. Über Sensoren weicht er Hindernissen aus. Ein ausgeklügeltes System mit einigen Vorteilen. Er sorgt für als allererstes Mal und daher kommt der Trend, denke ich, auch für die Arbeitserleichterung. Parallel dazu sorgt er aber auch dafür, dass man sehr schöne gepflegte Rasen kriegt, gerade wenn auch Kinder da sind, zum Beispiel der Klee kommt nicht mehr zum Ausblühen, dass die Kinder nicht mehr in den Klee reintreten und dann Bienenstiche haben. Man kriegt einen sehr schönen Rasen und man kann eigentlich fast jede Fläche heute mit der neuen Technik mähen lassen. Bis zu 6000 Quadratmeter sind problemlos möglich, also es ist ein halbes Fußballfeld. Ich muss nämlich so oft düngen. Ich habe keinen Schnittgutabtransport, der in vielen Kommunen ja leider schon kostenpflichtig ist. Das kann ich liegen lassen, da wird der Rasen gleichzeitig gedüngt und dadurch kriege ich dann ein sehr schönes Erscheinungsbild vom Rasen. Einzig Holzstücke können den Schnittmessern des Geräts gefährlich werden. Dafür ist der Rasenroboter extrem leise, ebenso wie der zweite Trend, der Akku-Rasenmäher. Kabellos umweltfreundlich und der Akku ist auch bei anderen Gartengeräten einsetzbar. Wichtig zu wissen, Rasenmäher gibt es ab rund 300 Euro. 500 Euro sollte man aber mindestens investieren, wenn das Gerät durchschnittlich 10 bis 15 Jahre einsatzbereit sein soll. anto Knoten Vielen Dank.